Hallo ihr Lieben! Muss ich mal mein Tablet ausmachen? Entschuldigung! Kleine technische Startschwierigkeit. Das war noch laut. Mich selber hören will ich gar nicht. Hallo Conny, schön dass du da bist. Ich hoffe man hört und sieht mich gut. Guten Abend Aurora, auch schön dass du wieder da bist. Ich warte noch ein paar Sekündchen, je nachdem wann die Mädels eintrudeln. Dann trinke ich noch einen Schluck. Hallo Julia, überpünktlich auf jeden Fall. Grüß dich Beate, hallo Andrea. Endlich Samstagabend, ja du sagst es. Ich habe hier übrigens kein Wein, es ist Traubensaft. Hallo Visila, die ganze Truppe ist schon da. Ich freue mich. Ich habe ja heute ein Wunschthema. Ich habe heute übrigens wieder meine, heute ist es soweit. Heute ist es mir zu kalt. Kuscheldecke ist wieder da. Grüß dich Martina, hallo Christy. Ach super, die ganze Bande ist da. Herrlich. Geht's euch allen gut? Seid ihr denn alle gut drauf und gespannt, was ich euch heute hier so zeige. Ein paar haben es ja schon gesehen. Genau, heute das Thema One Stroke. Gibt schon mal wieder so eine lustige Geschichte von der Nini. Ich habe, ich meine, letzten Samstag gleich eine Bestellung aufgegeben. Alle One Stroke Farben, ja. Also, oh, da fliegt schon die erste. Da habe ich halt dann alles so in den Bahnkorb reingelegt und als sie ankamen, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Da fehlt mir eine. Ich bin so ein Blödel. Wenn ihr im Shop auf die One Stroke Farben guckt, dann sind drunter so bunte Kreise. Und ja, die habe ich immer angeklickt in den Bahnkorb. Angeklickt in den Bahnkorb. Ja, und dass Weiß einfach ein weißer Kreis ist auf dem weißen Hintergrund, hat die Nini nicht kapiert. Also hat sie weiß nicht bestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach eine Lücke zwischen den nächsten Farben. Ach, ja. Auf jeden Fall habe ich dann meiner Tochter noch mal Farbe geklaut und ich hoffe, ich schaffe es mit dieser. Wahrscheinlich habe ich das unterbewusst gemacht, dass ich wieder bestellen kann, weil ich vergesse meistens bei meinen Bestellungen irgendwas. Und dann habe ich ja wieder einen Grund, wieder zu bestellen. Also, eigentlich kann ich ja auch gar nichts dafür, wenn ich da immer wieder bestelle. Aber habe ich wieder super gemacht. Ich lese mal kurz eure Kommentare. Kann jeder sagen, wir schmecken es nicht. Stimmt. Aber ich glaube, ihr würdet es an meiner Stimme hören. Dann fange ich ganz schnell zum Lallen an. Das wäre nichts. Da wäre ich in einer halben Stunde vorbei mit mir. Ich vertranke gar keinen Alkohol. Bin so eine, die ein Gläschen Sekt trinkt und dann merkt es ihr gleich an, dass er einen Tee hat. So eine bin ich. So. Also, ich habe, wie gesagt, bei der Weiß habe ich nur so eine andere Farbe. Aber die ist auch von der Konsistenz, finde ich, nicht ganz so praktisch. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Ich kann euch auch trotzdem was mit Weiß zeigen. Ja, habe ich halt irgendwie ein bisschen versemmelt. Ja. So. Ihr wisst auch, also für alle, die neu hier sind. Ich bin übrigens die Nini. Ich mache seit ein paar Wochen hier regelmäßig Samstag-Live-Shows mit verschiedenen Themen. Meistens sind es Wunschthemen. Und genau, ich komme aus dem südlichen Landkreis von Augsburg. Und mein großes Hobby und so mein kleines Nebengewerbe ist die Nagelkunst. Genau. Und ich bin bald 36. Lang habe ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe auch wieder mal meinen Rabattcode. Die meisten kennen den schon. Mit Nini24 gibt es 24% auf so gut wie alles im Shop. Bis auf technische Geräte und Studieeinrichtungen. Genau. So. Dann, ihr wollt ja nicht mich sehen. Ihr wollt meine Hände sehen. Und was ich da so zauber. Ich drehe euch mal um. Jetzt wird es etwas lauter und etwas turbulent. Einen Moment. Moment. Na. Moment. Ihr steht gleich auf dem Kopf. Aber jetzt. Ne, ihr seht eh bloß meine Hände. Ich hoffe, man sieht es. Was mir auch noch passiert ist. Ich habe natürlich One Stroke alle Farben bestellt. Oder ich habe gemeint, ich habe alle Farben bestellt bis auf das Weiß. Habe aber die One Stroke Pinsel vergessen. Die hatte ich nämlich auch nicht. Ja. Also, das schon mal vorab. Wenn ihr mit One Stroke zeichnen wollt, dann braucht ihr auch One Stroke Pinsel. Das macht schon Sinn. Ich habe dafür andere jetzt hier. Die sind nicht ganz so gut wie die aus dem Shop. Also, dieses Dreier-Set. Ihr könnt die gut sehen in dem Live von der Martina. Die hat das wunderbar erklärt mit den Blümchen und Blüten, die man machen kann. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach so die breite Palette, wie ich jetzt mit diesen Farben malen, zeichnen, Blüten mache und so weiter. Und auch wie man es übt. Hallo Heike, grüß dich. So, ihr seht hier schon, ein bisschen habe ich gezeichnet. Es gibt da verschiedene Sachen, die man machen kann. Und für diejenigen, die es nicht kennen, ich zeige euch jetzt auch, wie die Farben aussehen. So, ich packe die mal auf die Seite, ja. Wir brauchen hier Platz. Und wer von euch Mädels malt denn schon mit One Stroke Farben? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren, wer sich da schon rantraut. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, war das die Aurora oder Vizela? Ich habe auf Instagram schon ganz, ganz tolle Bilder von euch zugeschickt bekommen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Aurora oder Vizela war, aber da hat mir jemand schon ganz, ganz tolle One Stroke Blüten geschickt. So, ich mache hier absichtlich einen blauen Untergrund, dass ihr das besser erkennen könnt. Da seht ihr einfach den Kontrast. Das ist eine ganz normale Glassichthülle. Ja gut, so glarsichtig ist sie gar nicht. Die ist blau. Ich habe mir bloß keine glatte, sondern eine etwas rauere drunter genommen. Man kann One Stroke Farben auch zum Üben oder Aufstreichen etc. auf Papier machen. Da trocknen allerdings die Farben sehr, sehr schnell aus. Also die sind lufttrocknen. Die sollen ja auch an der Luft trocknen. Aber es ist etwas schwieriger auf Papier, weil die die Feuchtigkeit halt so ziehen. Genau, Aurora, du warst es. Aber du bist eher Fan von Paintinggel. Ah, Vizela, du hast die Blume mir geschickt. Das fand ich nämlich auch total hübsch. Schaut mal, ich habe endlich wieder mein Versiegelungsgel matt. So, und zwar, also hier nochmal mein Rabattcode. Den schiebe ich da so in die Ecke. Da stört er nicht. Ich mache mir jetzt auf meine, ihr kennt sie schon, ja die habe ich ja hier aus Versehen mit Perlen verschönert, meine Mischplatte. Und da mache ich mir auch die Farben jetzt drauf. Und zwar, ich fange mal mit Blümchen an. Das ist so einer der bekanntesten Sachen, die man mit One Stroke machen kann. So, ich versuche jetzt hier das Weiß rauszukriegen aus diesem Riesenbottich. Und ich finde, wie gesagt, die Konsistenz nicht ganz so ideal. Aber ich fange mir jetzt die Farben. Ups, ja, ist ein bisschen was. Das reicht auf jeden Fall. Anders geht es leider nicht mit dem Weiß. Ich finde die Konsistenz von den Farben von ND24 etwas, ja, besser, praktischer, angenehmer. So, ich glaube, das ist gut kontrastreich. Da mache ich jetzt noch hier etwas Pink. Ja, die kommen ja in diesen Fläschchen und die sind weich. Da könnt ihr das wirklich super portionieren und raustragen. Das ist jetzt das One Stroke Malfarben Magenta Fläschchen. Genau, also da könnt ihr richtig, richtig viel Malereien machen. Ach Gott, jetzt muss ich euch auch noch was zeigen. Können wir einen Moment trauern um meinen Lieblingspinsel? Schaut mal, was ich mit dem angerichtet habe. Er kann einem wirklich leid tun. Ich habe versucht, ihn zu retten. Ich gebe ihn jetzt noch einmal in heißes Wasser. Aber, ja, ich habe mir zum Glück einen neuen bestellt. Weil mit dem hätte ich euch heute nichts zeigen können. Der Schöne, der hat jetzt irgendwie so ein Naturkrause bekommen. Ach, herrlich. So, ich lese mal kurz die Kommentare. Die Blume war von mir, genau. Panting Gel. Bin, denke ich, zu langsam für die One Stroke Farben. Christy schreibt geschmeidiger. Beate, oh wei. Ja, das, was anderes kann man auch gar nicht sagen zu dem Pinsel, gell? Ja, also, ich nehme mir jetzt einen, na, ich glaube, zum Zeigen nehme ich jetzt einen großen. Ihr müsst selber gucken. Also, diese One Stroke Pinsel, die sind im Shop im Dreierset, gibt es die, meine ich auch. Und die sind auch in verschiedenen Größen. Da wichtig ist, dass ihr da ein bisschen übt. Also, wenn ihr nicht ganz so, ja, einfach noch keine Erfahrungen habt damit, dann übt einfach vorher schon dieses Aufladen vom Pinsel. Da hat auch wirklich die Martina ein super tolles Live gemacht. Das könnt ihr euch in der Mediathek nochmal anschauen. Ich zeige es euch jetzt mal noch kurz mit den Blumen. dass ihr da, oder die zum Üben, und dann könnt ihr da etwas nacharbeiten, ja. Ich setze mir jetzt hier auf die eine Spitze vom Pinsel etwas Farbe. Ich zitter total, was ist denn los? Und auf die andere Spitze ein Tupfenfarbe, ja. Und dann streife ich die so ab. Dann lade ich nochmal etwas auf und streife die auch nochmal ab. Und das könnt ihr jetzt, also ich mache es jetzt eben auf der blauen Folie, dass ihr das besser seht, so dieses typisches etwas höher halten, gerade. Also nur mit der Spitze rangehen und nach oben ziehen, etwas drücken und dann wieder runter. Ja, ich habe jetzt einfach so eine runde Blüte gemacht, unten ansetzen, relativ gerade mit Druck oben den Schwung machen und runter. Ihr könnt aber auch, das ist jetzt nur ganz, ganz einfach, ich lade mir nur etwas Farbe nochmal auf den Pinsel. Ihr könnt auch etwas, ja, so oben ansetzen und den Pinsel in der Hand drehen. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen, weil man den relativ hoch halten muss. Dass ihr, na, das bleibt jetzt da nicht die Farbe. Na, sowas. Na, sowas. Ich habe die mir nämlich gar nicht verdünnt. Ich habe gedacht, das klappt dann so ganz gut. Aber könnt ihr sehen, diesen Verlauf? Da kannst du mit Pinsel Color Ink machen. Genau, Conny, das stimmt. Und kannst du mit Wasser vermischen. Genau, man kann auch die Farben natürlich so dünn oder dick machen, wie ihr möchtet. Ich habe mir so ein kleines Deppendischglas mit Wasser hergerichtet und ein großes Wasserglas, ja, mit Wasser zum, wie beim Wasserfarbenmalen, einfach um den Pinsel wieder sauber zu machen. So, ich zeige euch das jetzt mal doch kurz auf der Palette. Ich glaube, da geht es besser. Ich setze mir hier jetzt nochmal etwas Farbe in die eine Ecke und in die andere Ecke, belade also meinen Pinselstreif es ab, dass das so ein schöner Übergang ist. Und dann kann ich hier nach oben drücken und runter, ja. Seht ihr, so entstehen die Blüten. Und das ist auch so, dass ihr da, wichtig ist, ihr könnt jetzt da nicht 20 Blüten machen, das wird immer blasser natürlich, die Farbe trägt sich sonst ab. Aber ihr könnt natürlich, wenn das schon angetrocknet ist, also ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen Blüthies nebeneinander. Ihr seht schon, es wird immer dünner. Ihr müsst bloß immer euch merken, wo ihr die Farbe hingesetzt habt. So. Tchup, tchup, tchup. Jetzt die falsche Seite beladen. Herrlich. Aber also Pink und Weiß geht natürlich immer, gell? Pink und Weiß geht immer. Wobei es auch toll ausschaut, wenn die helle Farbe drin ist. Das macht schon auch was her. Finde ich fast schöner als die Richtung, die ich jetzt gemacht habe. Genau. Ich mache aber jetzt mit der anderen Seite hier nochmal drüber, nur dass ihr das mal seht. Das ist immer so schwierig, weil ich den Pinsel eigentlich so hoch halten müsste. Aber dann verdecke ich, glaube ich, hier genau das, was ich mache. Nini, nimmst du immer einen geraden Pinsel? Ja, tatsächlich einen geraden Pinsel. Ich habe es mit einem abgeschickten probiert. Ich tue mir leichter mit einem geraden. Aber das ist auch Geschmackssache. Probiert es einfach aus, wie es euch am besten in der Hand liegt. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Und auch von der Konsistenz. Manche wollen es etwas dünner, manche etwas dicker. Probiert euch da ein bisschen aus. Und wenn die ein bisschen angetrocknet sind, dann könnt ihr da wunderbar was... Ich setze jetzt ein etwas breiteres Blättchen drunter. Dann könnt ihr drüber malen. Also so richtig schön mehrere Schichten machen. Das gibt einen ganz tollen Effekt. Aber probiert euch da aus. Es gibt auch die Variante, wenn ihr jetzt so in... Ja, wie eine andere Blüte. Ich setze jetzt hier mal an. Mach meinen Streifen. Und ja, so davor könnt ihr einfach so einen Bogen machen. Und dann wieder hier etwas nebendran setzen. Hier etwas nebendran setzen. Also da gibt es die verschiedensten Blümchen, die ihr machen könnt. Ich versuche euch das mal so in der Kamera ein bisschen näher zu zeigen. Probiert es einfach aus. Wichtig ist, dass ihr relativ oft euch Farbe auf den Pinsel nehmt. Und dann, ich versuche das jetzt mal hier so in der Höhe euch ein bisschen zu zeigen. Einmal abstreifen. Mir reicht immer einmal. Manche machen das ganz oft, dass der richtig durchgezogen ist. Aber übt einfach. Nehmt euch da eben so eine Folie und macht da mal richtig viele Blüten und Blättchen. Und überhaupt. Am Nagel ist es tatsächlich auch nochmal von der Pinselhaltung etc. Ein bisschen was anderes. Aber Übung macht den Meister. Und also ihr seid ja eh solche Talente. Die meisten von euch, das ist wirklich der Wahnsinn. Da bin ich mir sicher. Das schafft ihr locker. Locker schafft ihr das. Also ich setze mir hier nochmal meinen Pinsel relativ gerade an. Ziehe nach oben. Drücke etwas. Drehe in meiner Hand. Also ich mache praktisch so eine Bewegung mit meinem Pinsel. Und ziehe dann wieder runter. Ja. Ihr seht, ich bin auch kein Profi. Aber das Schöne an diesen Farben ist, dass das auch wirklich, wenn das ein bisschen wackelig ist und so. Erstens könnt ihr immer korrigieren. Ja. Ihr könnt da nochmal eine Blüte drüber malen. Das macht überhaupt nichts. Und dadurch, dass das so. Ja, es schaut einfach schön aus. Auch wenn ihr da mal einen Buckel irgendwo reinmacht. Ein bisschen weniger Farbe. Ein bisschen mehr Farbe. Es hat eigentlich einen total schönen Effekt. Jetzt habe ich Tulpe gelesen und habe total Tal gesagt. Wie genial ist das denn? Aber wenn ich die... Ach, da oben sind ja auch noch Kommentare. Moment. Aber wenn ich die mit Wasser mische, ist doch die Farbe dann nicht mehr so satt. Tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es von anderen Firmen ist. Aber die Farben von ND24 finde ich von der Pigmentierung toll. Richtig klasse. Das seht ihr auch später, wenn ich euch da ein paar Malereien zeige. Selbst wenn ihr das richtig mit Wasser vermischt. Ich finde, dass die trotzdem sehr, sehr stark sind. Natürlich, wenn ihr auf schwarzem Untergrund macht oder ein sehr, sehr dunkles Lila als Grundierung habt, dann kann es schon sein, dass ihr bei einer Gelb oder so zwei Schichten braucht beziehungsweise eben nicht ganz so verdünnen dürft. Aber ich finde dort bei denen, ich kann jetzt von den Farben reden, andere habe ich nicht. Da ist die... Ja, die sind richtig schön satt. Also da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Ja, genau. Die Arte, wie genial ist das denn? Ja, es macht auch wirklich Spaß. Also das ist auch wieder was, wo man so richtig, ja, richtig viel machen kann. Hallo Uschi, grüß dich. Sieht aus wie eine Tulpe. Ach, das hier so in der Art vielleicht oder so in der Art. Genau. Wenn es nicht gut ist, wegwischen. Ja, tatsächlich. Ihr nehmt euch eine Zellette, macht sie nass und wischt einmal drüber. Das geht auch wunderbar. Wenn ihr jetzt eine wunderschöne Blume schon hinbekommen habt und ihr geht da einmal mit einem Versiegeler drüber, dann habt ihr die ja auch gesichert. Dann könnt ihr drunter welche malen. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten, gell? So. Sehe nur ich alles schwarz. Uschi, ne, also schwarz soll es hier nicht sein. Ich mache mir kurz meinen Pinsel sauber. Das ist wirklich, ja, wie beim Wasserfarbenmalen. Und dann fangen wir doch mal. Also ich glaube, auf diese Art mit dem Üben und die Farbe auf den Pinsel fassen, muss ich euch, glaube ich, nichts mehr erzählen. Oder habt ihr das soweit verstanden? Ich zeige es ja auch noch hier nebenbei. Aber dann würde ich tatsächlich mal euch was zeigen, was man da so alles machen kann. So, wo habe ich denn? Ah ja, meine leeren Tipps. Jetzt einmal hier. Ich mache das Ganze jetzt, den mache ich mir mit meinem, ich habe immer noch kein weißes Farbgel, ich habe immer nur das French Gel Weiß. Da mache ich mal den Tipp komplett weiß. Dann sieht man das auch besser. Oh, jetzt habe ich schon Fussel eingearbeitet. Na wunderbar. Na wunderbar. Ich glaube, der war noch an meinem Pinsel. Aber den kriegt man raus. So, weg mit dir. Braucht man nicht. So, Uschi, wenn bei dir alles schwarz ist, dann geh doch nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht siehst du uns dann. So, lege los. Ja, das war alles klar soweit, schreibt Aurora. Martina, also du machst jetzt nur die Farbe vom Pinsel mit normalem Wasser weg. Nicht mit Cleaner. Genau. Da müsst ihr nicht mit Cleaner dran gehen, sondern einfach nur Wasser und Pinsel da sauber machen. Deswegen nehmt auch One Stroke Pinsel und nicht eure anderen Pinsel. Habt da bitte Nail Art Pinsel, den ihr für One Stroke hauptsächlich nehmt, weil das einfach natürlich Wasser und Gel muss nicht sein, wenn man das zusammen mischt. Gut, ich härte jetzt kurz die Farbe aus und ich rate euch, es ist kein Muss, ich finde es aber leichter, habe ich jetzt einfach selber beim Ausprobieren gemerkt, wenn ihr den Nagel vorher mit einem Mattversiegeler versiegelt. Es geht einfach ein bisschen einfacher. Ihr könnt ihn ja danach wieder glänzig versiegeln, alles wunderbar. Ich habe zum Glück endlich wieder mein Masterline-Versiegel-Skill-Matt, da, das war ja Ebbe, upala, okay, ich habe schon wieder gekleckert. Herrlich, herrlich, nini, 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 Moment, Sauerei mal kurz hier, ähm, wegmachen. Eieiei, ich glaube, ich tue den blauen Untergrund jetzt auch weg, oder stört der euch? Ist das so in Ordnung mit dem Blau? Und ich mache jetzt auch die Tipps weiter, wenn ich die Sauerei weg habe. Ah, ich nehme jetzt mir hier eine Zellette und mache die nass. Dann zeige ich euch hier, also die ist ja jetzt wirklich komplett angetrocknet und da könnt ihr die auch einfach runterwischen. Entweder ein bisschen einweichen oder ihr, wie ich jetzt, so ein bisschen abkratzen, das geht wunderbar. So, so, Uschi hat jetzt auch Bild, sehr schön, sehr schön. Also, den Mattversiegel, wenn er so aussieht, ist er wunderbar. Wenn er sich abgesetzt hat, die Partikel, für die, die es nicht wissen, dann einmal bitte gescheit umrühren. Ich versiegele jetzt den Weißen hier einmal noch matt. Man tut sich etwas leichter mit dem Malen. Wie gesagt, ist kein Muss, ich finde es leichter. Manche sagen sogar, es ist besser nicht matt versiegelt. Also, probiert euch da gerne aus mit diesen Farben. Das ist wirklich, dazu jeder seine Vorlieben. Und schaut da, wie ihr gut klarkommt. Ich versiegele, wie gesagt, meinen Matt. Eieiei, jetzt habe ich das im Deckel drin. Mache ich einmal die Folie ganz weg, gibt es eine Sauerei bei mir. Herrlich, herrlich, herrlich. So, und zwar würde ich euch jetzt gerne was zeigen. Und man kann nämlich Blümchen machen, wunderbar. Man kann aber auch einfach Malereien machen. Ich habe jetzt nur mal schnell hier so ein relativ einfaches Motiv. Ich wollte es ja heute Anfänger geeignet machen. Da habe ich einen Bleistift auch von meiner Tochter gemopst. Wenn ihr den Nagel matt versiegelt, dann könnt ihr euch sogar verschiedene Sachen mit einem Bleistift vormalen. Das ist auch kein Problem. Da haben die wirklich genügend Deckkraft, dass ihr das machen könnt. Und ich nehme mir jetzt hier auf meine Palette noch etwas schwarz dazu. So, und etwas Gold. Das seht ihr da genau. Man könnte ja auch anbuffern. Kann man natürlich auch machen. Also je nachdem, wie eure Grundmodellage ist. Wenn ihr Angst habt, dass die zu dick wird, dann buffert sie natürlich an. Aber ansonsten geht es wunderbar auch, wenn ihr sie matt versiegelt. Genau, ich mache auch hier einen Tupfer lila. Das schaut jetzt aus wie schwarz, aber es ist lila. Also steht auch immer schön erkenntlich drauf. So, ich cleanere mir den einmal ab, hier den matt versiegele. Und dann habe ich meinen weißen, matten Tipp. Jetzt könnt ihr hier theoretisch mit Bleistift was hinmalen. Ja, also ihr könnt jetzt hier Linien vorzeichnen. Dann tut ihr euch vielleicht leichter mit selber zeichnen. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Genau, ich mache das jetzt freihand. Ich wollte euch das nur als Tipp geben. Wenn ihr da irgendwelche besonderen Sachen macht oder Buchstaben, was halt ein bisschen schwieriger ist, dann geht da einfach mit dem Bleistift dran. Und das überdeckt es wunderbar. Ihr werdet von dem Strich nicht mehr viel sehen. So, dann nehme ich mir meinen heiligen Nail Art Pinsel und gehe in die Schwarz rein. Das verdünne ich mir jetzt ein bisschen. Die Schwarz ist ein bisschen dicker, also nehme ich hier meinen Mini Deppentisch, gehe da einfach ins Wasser rein. Und dann kann ich hier mir die Farbe so verdünnen in der Konsistenz, wie ich es haben möchte. Also das ist gar kein Problem. Das geht wunderbar. Genau, ich habe mir da so ein kleines Einhorn ausgedacht. Ich versuche das jetzt mal euch, auch wenn ich die Kamera vor der Nase habe, so zu zeigen. Ich fange jetzt hier unten mal an und mache mir hier so einen geschwungenen Bogen. Ich glaube, ich muss ein bisschen weit darüber, dass ihr das besser sehen könnt. Kann das sein? So. Und dann könnt ihr da wirklich, ja, mit dem Nail Art Pinsel wie so ein Fineliner da eure Linien ziehen, wie ihr die wollt. Und, ja, ihr könntet notfalls auch das wegwäschen eben. Also das ist gar kein Problem. Ihr kriegt den komplett wieder sauber, wenn ihr euch da vermalt. Ja, genau. Jetzt trocknet es schon. Jetzt habe ich schon zu viel geredet. Dann gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen ins Wasser rein. und mache mir meine Farbe dünner. Wunderbar. Genau. Und dann kann ich da zeichnen. Ich stoße mit dem Pinsel an. Aber das kriegt man so schon hin. So. Also das Einhorn geht relativ einfach. Da könnt ihr euch, fangt mit den Haaren an, macht euch da so einfach so ein paar Bögen, kann ich dazu sagen, glaube ich, Bögen. Das muss auch gar nicht so perfekt sein. Das seht ihr gleich, warum. Genau, dann mache ich mir hier oben meinen Strich runter und male mir hier mein Öhrchen hin, das Einhornohr. So. Na. Brauche noch etwas Farbe. Das wurde ja vorhin genannt. Ich bin, glaube ich, zu langsam für One Stroke. Ja doch. Die trocknen halt dann natürlich. Das ist, muss man da gucken. Aber gerade so Blümchen und so geht auch wunderbar. Bei so Zeichnungen natürlich, da nimmt man nicht viel Wasser, nicht viel Farbe. Auf den kleinen Feinliner Pinsel. Und dann, ja, holt ihr euch halt einfach neues Material und weiter geht's. Genau. Dann mache ich hier hinten noch einen abschließenden Strich. Dann gibt es hier vorne auch noch so ein Püschelchen. Püschelchen. Hier oben kommt dann das Einhorn hin. Da lasse ich etwas frei. Und ich hoffe nur, ihr seht das dann. Mache ich einfach hier so einen leichten, runden Strich. Spupp. Da vorne kommt dann auch das Schnäuzchen raus. Passt eh nicht ganz drauf. Und hier. So. Ich glaube, man sieht es jetzt schon ganz gut, dass das so die Umresse sind. Und da mache ich mir dann das Einhornauge noch. Das habe ich zugemacht. Einen dünnen Strich und ein paar Wimpern. Ich hoffe, ihr seht das trotzdem noch. Ich muss da jetzt relativ nah hin. Tschup. 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 Pink und Lila dran. Und jetzt könnt ihr wirklich einfach so ein bisschen reinmalen. Ich habe mir jetzt relativ viel Wasser aufgenommen auf dem Pinsel. Seht ihr das? Das ist dann so ganz, ganz dünn und verläuft. Das möchte ich aber auch so. Denn ich möchte hier einfach so ein bisschen Übergang. Ich möchte da schon, dass das ein bisschen handgemalt aussieht. Also einen Sticker können wir alle draufkleben. Aber es soll ja doch ein bisschen kreativ ausschauen. Und da könnt ihr wunderschöne Farbverläufe machen. Entschuldigt mich bitte, wenn ich an die Kamera stoße. Und dann ein bisschen, ja, so, wie sagt man denn, kleine Erdbeben machen. Man muss den Pinsel immer relativ hoch halten. So, jetzt sieht man auch schön das Lila. Ja, schaut mal. Finde ich auch. Und ich habe die jetzt gut verdünnt. Also wirklich gut verdünnt. Und schaut mal, wie schön satt die sind, die Farben. Und da kann ich so richtig schöne Verläufe machen, wie ich es möchte. Ich mache jetzt mir hier noch einen lila Strich. Und da vorne soll es ja auch so ein bisschen franzig sein. Und da könnt ihr ein paar Highlights setzen. Es ist wunderbar, mit dieser Farbe zu malen. Das macht echt Spaß. Also egal, was für Motive. Und ihr könnt da jetzt auch, ja, so Übergänge eben so toll machen. Seht ihr das, wie einfach das geht? Das verläuft wunderbar. Und ihr habt da so richtig schöne Farben. Also ich finde sie richtig toll. Und ihr könnt da alles Mögliche machen. Da traut euch ruhig ran. So, jetzt braucht das Einhorn auch ein Einhornhorn. Ja. Weil sonst wäre es kein Einhorn. Dann gehe ich in das Gold rein. Also ich bin da ja auch ein totaler Gold- und Silber-Fan. Wunderschön. Richtig schön. So. Und dann mache ich mir hier mein Einhorn. Ihr könnt da ja viel detaillierter machen. Ich wollte es jetzt einfach heute sehr, sehr einfach halten, dass sich auch jeder rantraut. Ich mache auch hier so einen leichten Strich noch in Gold dran. Jetzt habe ich mir fast das Schwarz zu viel gemacht. Er hat zu viel übermalt. Könnte man aber auch noch korrigieren. So. Und jetzt hat das das ein bisschen... Na, da fehlt mir ja noch ein Strich. Der Hals ist ja noch gar nicht da. Dann gehe ich nochmal in die Schwarz. Da kommt hier dann noch ein bisschen Hals ran. Genau. Und da könnt ihr jetzt auch nochmal in die Schwarz mit viel Wasser. Also ich nehme mir jetzt da gut Wasser. Und mache mir da eine ganz dünne Farbe. Da ist sogar jetzt das Goldglitzer ein bisschen drin. Das gefällt mir ja noch besser. Was können wir denn da machen? Mache mal ein goldenes Einhorn. Oh, wunderschön. Gefällt mir. Ich bin nicht gespannt, wie es da drauf aussieht. Da könnt ihr euch das so ein bisschen grau machen. Ich tupfe mir jetzt mal meinen Pinsel nochmal ab. Auswaschen, abtupfen. Dann nehme ich mir einfach hier so nur Wasser drauf. Ohne Farbe. Und jetzt kann ich das auch nochmal so ein bisschen verblenden. Jetzt könnten wir hier so... Dass das halt nicht wie der Hintergrund weiß bleibt. Trotzdem etwas verblenden und ausmalen. Das geht wunderbar. Genau. So, ich habe die Linien tatsächlich um einiges dicker gemacht, als hier sehe ich gerade. Aber trotzdem, ihr seht glaube ich gut diese Farbverläufe. Das ist so was ganz, ganz Schönes da, finde ich, mit den Farben, wie man da arbeiten kann. Sobald es etwas angetrocknet ist, versiegelt ihr euch das. Also ihr müsst da nichts weiteres machen. Ich mache das jetzt bei dem. Und, ja, das Gold braucht immer ein bisschen zum Antrocknen. Probiere ich jetzt hier mit dem Fingertupfig drauf. Wunderbar, passt. Weil sonst, also Gold und Silber trocknet nicht ganz so schnell. Das kann ich euch gleich sagen. Und wenn ihr versiegelt, wird das Ganze auch nochmal kräftiger von den Farben. Ja. Wunderbar. Da habe ich jetzt den, zeige ich euch gleich. Das ist der Premium Line Perfect Finish Clear. Ich finde, der hat so lang einen Glanz. Also meine Finger sind ja jetzt schon so rausgewachsen. Nicht mehr schön, aber ich mache sie erst kurz vor dem Urlaub. Also da seht ihr, hier ist richtig viel Platz dazwischen. Hier hatte ich ja meinen Versuch mit diesen Press-On-Nails und der Rubber Base. Ich finde es jetzt nicht so toll. Also mir ist das hier zu bokelig dann, wie das rauswachst. Ich glaube, ich würde den Press-On-Nail-Wendern weiter vorne ansetzen und dann hinten mit Gel noch einen schönen geschmeidigen Übergang machen. Dass das einfach nicht ganz so hobillig ist. Ja. Also ich war einfach ein Versuch. Ich wollte es wissen. Aber die kommen auf jeden Fall Mitte nächster Woche spätestens runter. Die sind ja total rausgewachsen. Ja. So. Schattierung, genau. Christi, das Wort hat mir gefehlt. So. Also hier nochmal das etwas breite Einhorn. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man hier dünnere Linien machen kann. Das habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie so drauf geachtet tatsächlich. Schaut mal, wenn ihr euren Nail-Art-Pinsel, der hat an der Spitze, ich versuche es euch mal ganz nahe in der Kamera zu zeigen, der hat an der Spitze, wenn ihr das seht, nur ein feines Haar. Und mit diesen könnt ihr dann richtig fein zeichnen, ja. Also dieses eine Haar reicht dann. Ihr müsst genügend Farbe drauf haben. Und bei dickeren Linien halt einfach mit Druck. Genau. So, jetzt hat sie sich angemalt, die Nini. Machen wir aber schnell weg. So. Wunderbar. Jetzt zeige ich euch noch einen Schmetterling. Hätte ich noch im Programm. Oder wollt ihr als nächstes kleine Blümchen sehen? Wenn ich hier schon weiß und pink habe, könnte man das auch machen. Ja, ich mache den Rauswuchs von Press-on-Nails auch nicht. Also du magst sie auch nicht, genau. Misele schreibt, deine Nägel sehen trotz Rauswuchs top aus. Und Conny setzt den auch nicht ganz hinten. Ja, also ich habe das, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht. Deswegen hatte ich da gar keine Erfahrung. Aber ich finde das furchtbar. Ja, das Schöne ist an diesen Farben, also mein, entweder das Rouge Light oder die Cinderella Glimmer. Das finde ich ist immer sehr, sehr ähnlich vom Naturnagel, der Ton. Da sieht man es halt dann wirklich nicht ganz so kräftig. Wichtig ist halt, wenn die Nägel rauswachsen und ihr habt jetzt nicht das Glück wie bei mir, dass ich gar nicht so viel Nagelhaut habe, pflegt eure Nagelhaut halt immer mit einem Öl, weil das sieht sonst oben so bröselig aus. Also ihr kennt das bestimmt, wenn da einfach, ja, wenn die so trocken ausschaut. Also pflegt eure Nagelhaut, dann schaut das auch gar nicht so wild aus dann. Und was ihr, wenn ich jetzt wieder, ich mache das ja gerne mal mit dem Brotmesser, komme ich ran und fahre mir da rein. Und so notfalls nimmt ihr halt euch noch schnellen Versiegeler nochmal drüber. Also auch wenn der Aufbau schon etwas rausgewachsen ist, dann schaut das auch nicht so wild aus. Die Conny schreibt Blümchen. Okay, ich zeige noch ein bisschen Blümchen. Und die Uschi, ich setze sie ziemlich vorne an und fülle hinten mit Gel auf. Ja, also tatsächlich wird das auch das Bessere sein. Da stimme ich euch zu. Das war so mein, ja, mein Ausprobiererleck. So, ich mache jetzt als Hintergrund mal ein Blau. Ich denke, das sieht man dann trotzdem ganz gut. Ich habe hier das Farbgel Classic Grain Blue. Ja. Da ist noch das Dekalé dran. Na, komm her. Spups. So. Und dann mache ich mir damit mal ein Full Cover. Das finde ich auch. Das ist eine ganz schöne Farbe. Nicht ganz so kräftig, aber trotzdem ein ganz toller Ton. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal benutzt hier. Da bin ich mir gar nicht sicher in meinen Lives. Aber die Farbe gefällt mir. So, ich gehe jetzt mal bis da hoch. Ich habe jetzt extra heute die großen Tipps genommen, dass ihr das besser sehen könnt. Und ich zeige euch dann unten praktisch kleinere Blüten und oben größere, würde ich sagen. So, das härte ich jetzt mal aus. 60 Sekunden in meiner LED-Lampe. Falls ihr eine reine UV-Lampe habt, braucht ihr da 120 Sekunden. Ansonsten, wie gesagt, 60. Ich benutze auch Press-on-Nails, schreibt die Christy. Pfeile immer ganz dünn am Rand, meinst du, Nagelhautentferner, an der Nagelhaut, so dass der Übergang nicht so steht. Ja genau, also das ist eben, das habe ich total verhunzt. Da hätte ich euch vorher mal gefragt, auf was muss man achten. Genau. Christy, ich verstehe dich, Christy. Manchmal ist die Autokorrektur wirklich gemein. Also, ich verstehe es total. So. Ich mache da, glaube ich, eine zweite Schicht drauf und während dem Aushärten zeige ich euch mal, zeige ich euch noch was anderes. Ich will euch ja hier was bieten und nicht ewig warten lassen, bis hier das Lämpchen bei mir ausgeht. So, ich mache noch eine zweite Schicht, dann ist das einfach etwas satter. So, noch in der Mitte ein bisschen. Mensch, Tipps muss ich auch wieder bestellen. Ich habe wirklich nicht mehr viele. Gar nicht mehr viele. Jetzt nehme ich nämlich, weil ich habe zwei Tipps noch vorbereitet hier, habe ich gedacht, ich schaffe es noch ein paar Muster zu malen, weil das mir so gefällt. Ich habe hier nämlich zwei noch mit schwarzem Untergrund. Da habe ich einfach das Farbgel Classic Black gemacht und ein Versiegeler drauf. Denn mit diesem Silber und dem Gold, da könnt ihr ganz, ganz tolle Sachen machen. Och, ich liebe es. Ich liebe es. Und zwar, ich nehme mir jetzt, also ich habe hier Silber und Gold eben. Dann nehme ich mir hier jetzt auf meinen Pinsel ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Ja, so. Streife mir das so ein bisschen ab. Dann nehme ich mir wieder etwas Gold. Ups. Und wieder etwas Silber. Und dann auf einem matten, schwarzen Nagel, finde ich, ist das so ein toller Effekt, mit diesem Gold und Silber zu arbeiten. Also, das ist wirklich, das schaut so edel aus. Ich kann mir das am Weihnachten vorstellen. Ich kann mir das als Silvesternagel vorstellen. Ich kann mir das aber auch vorstellen, wenn ihr irgendwo auf eine Feier geht oder so. Das schaut nämlich wirklich edel aus. Ich finde es ganz, ganz hübsch und toll. So, jetzt seht ihr schon, hier bin ich etwas abgerutscht. Macht aber gar nichts. Dann setze ich halt hier unten wieder an. Ich fülle mir bloß noch hier meinen Pinsel etwas auf. Und mache auch hier nochmal. Ich gehe glatt nach oben und mache einen Schwung. So, ich hoffe, ich stoße jetzt nicht an die Kamera. Und ihr seht das trotzdem. Ich glaube, die Martina hat in ihrem Live, ich habe das nur mal so überflogen, hatte die damit auch schon so Probleme mit der Kamera. Das ist wirklich total tricky, da nicht die ganze Zeit hinzustoßen, weil man den so nach oben halten muss. Ich halte den Nagel jetzt einfach schräg. Vielleicht ist es dann besser. So. Ich stoße trotzdem ans Handy hin. So. Aber seht ihr das? Wie schön das schimmert. Also da noch ein paar Straßsteinchen dazu oder so. Also das ist das, wow. Ich liebe es. Ich setze mir jetzt das Blümchen noch unten drunter an. Äh, Blümchen. Blättchen. Das sind ja eigentlich eher, gell? So. Und ihr könnt auch mit diesen One-Stroke-Farben auch so wunderbar noch Linien zeichnen. Also wenn ich mir jetzt da ein Silber nehme und hier einfach so ein bisschen, oder ich mache es in Gold, glaube ich, sieht man es ein bisschen besser, Farbe, Farbe auf den Pinsel. So. Und dann mache ich jetzt hier noch eins hinaus. Und da setze ich mir auch noch ein paar Blütchen dran. Herrlich. Es macht so Spaß, damit zu arbeiten. Also diese Farben ist wirklich, finde ich, so ein Must-Have mit diesem Gold und Silber. Bling, Bling. Ich liebe Bling, Bling. Das ist wirklich toll. Ich weiß ja, ihr seid auch genauso Glitzer-Tanten wie ich. Das liebe ich ja. So. Ich glaube, oben ist es jetzt schon ein bisschen angetrocknet. Da würde ich dann nochmal drüber gehen. Ein paar Blätter noch ansetzen. So. Genau. Also es schaut wirklich edel aus, oder? Ich habe jetzt mit einem sehr, sehr kleinen Pinsel bei meinem Vorführ-Tipp gearbeitet. Und habe mir so ein paar Schnörkel noch reingemalt. Also finde ich auch eine ganz tolle Sache so. Also dieses Gold und Silber macht wirklich was her. Ich hoffe, ihr seht das so mit dem Licht. Und da, wenn man so kleine Blättchen oder so noch hinmacht, also ihr könnt so kreativ sein. Die Farben machen wirklich, wirklich Spaß. Richtig toll. Jetzt zeige ich euch noch Weiß und Pink. Allerdings nehme ich diesmal einen dünneren Pinsel, ja. Den tauche ich mir jetzt hier in mein Wasser ein. Aurora schreibt, kannst du das auch mal bitte zeigen? Ach, Schnörkel. Also, dass man so ein eigener mit Gel Schnörkelis machen. Das können wir gerne mal machen. Das können wir auf jeden Fall gerne machen. Ach Mädels, heute müsst ihr bis zum Schluss bleiben. Ich habe am Schluss noch was zu verkünden. Ein kleines Gewinnspiel für euch. Ein paar haben es ja schon mitbekommen. Aber ich möchte heute ein Gewinnspiel noch machen. Ich habe mir jetzt hier so ein bisschen Farbe aufgenommen auf meinen kleinen Pinsel und mache mir hier jetzt einfach mal, ich gehe mit dem Pinsel gerade hoch und mache so ein paar Wellen rein und gehe wieder runter. Ja, seht ihr das? Ich glaube, man sieht es so schon. Ich nehme mir wieder Farbe auf. Da ist mir nämlich zu wenig Weiß dran. Die ist oben schon etwas angetrocknet. Weiß ist aber auch von der Konsistenz komisch. Die ist komisch. Und nun wieder hoch mit etwas Zacken würde ich jetzt fast sagen und dann male ich es runter. Also ihr könnt da wirklich alle möglichen Farben machen. Ich wollte euch bloß zeigen, wie das jetzt so auf schwarz aussieht. Genau, dann mache ich mir hier noch ein Plättchen hin. Ihr seht, ich bin absolut kein One-Stroke-Profi, aber es ist irgendwie trotzdem hübsch. Jetzt habe ich mir meinen Pinsel versaut. Also nehmt euch da die Farbe am Rand auf geht es hier nochmal rein mit der einen Ecke und mit der anderen Ecke ins Pink. Ja, jetzt habe ich es wieder mittig. Mensch, sonst vermischt sich das so. Aber es schaut trotzdem okay aus. Das ist das Gute. So. Einmal gehe ich hier noch drüber. Da mache ich noch ein kleines. Und hier unten noch. So. Genau. Jetzt könntet ihr auch noch, ich muss bloß mein Pinsel hier sauber machen. Kleine, ups. Kleinen Moment, bitte. Wir bleiben doch immer bis zum Schluss. Ja, das finde ich aber auch immer so toll. So ist es, schreibt Conny. Wesela sicher und Martina stimmt. Ich gewinne nie etwas, schreibt Wesela, aber mit euch ist es immer schön. Ich sage gleich mal, es hat jeder die gleichen Chancen. Das erkläre ich euch aber später dann noch. So, ich gehe mir jetzt mit diesen Pinselchen hier einmal rein in meine Weiß und mache mal so ein Stiel. Ja, das muss noch gar nicht besonders ausschauen. Und dann mache ich mir aber hier so etwas Franzen. Kleine Blätter. So. Oben muss ich noch warten, bis es ein bisschen angetrocknet ist. Ich hätte dann nämlich noch gerne eine zweite Schicht drauf. Aber da muss ich etwas geduldig sein, dass ich mir die Farben nicht so sehr vermische. Dabei lade ich mir nochmal meinen Pinsel. Aber ich glaube, es könnte jetzt schon klappen. So. Und da mache ich mir nochmal eine Schicht drüber. Ja, der war noch nicht trocken. Der war noch nicht trocken, weil ich zu ungeduldig. Dann möchte ich auch bloß so ein kleines Blättchen. So. Und jetzt gehe ich nochmal mit meinem kleinen Nail-Up-Pinsel. Nehme mir da einfach nur so ein bisschen Farbe auf. Und gehe hier auch nochmal drüber. So. Genau. Nicht schlimm. Hauptsache, wir sind zusammen, schreibt Vizela. Oh weh. Das ist so schön. Wir haben Nini, schreibt Beate. Das reicht uns schon. Oh Gott. Danke euch, Mädels. Aurora. Genau. Da stimme ich dir absolut vollkommen zu, Vizela. Kannst du Gedanken lesen. Ganz eurer Meinung. Ach Gott, Mädels. Ihr seid so süß. Ihr seid so süß. Wirklich. Da tut es mir ja doppelt und dreifach weh, dass ich jetzt dann im Urlaub bin. Und drei Wochenende nicht da bin. Also zwei Wochen bin ich weg, aber ich fahre schon vor dem Wochenende. Es tut mir so leid. Aber danach freue ich mich wieder, euch zu sehen. So, jetzt meine Farbe trocknet hier total ein. Schauen wir mal. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Ich mache den Pinsel nochmal sauber. Also das ist jetzt mit einem dünnen Pinsel. Da ist einfach so ein bisschen, ja kann man kleinere oder andere eigentlich machen. Da unbedingt kleiner, aber andere Blümchen. Ihr könnt aber auch. Tja, versuche es wieder hier so zu halten. Gerade hoch, Pinsel etwas drehen, runter. Gerade hoch, Pinsel etwas drehen. Ich komme hier mit der Kamera nicht gleich. Mein Pinsel kann ich nicht drehen. Ihr wollt das doch noch sehen. Mensch, Meier. Jetzt probiere ich es nochmal. Ein bisschen weiter runter, vielleicht geht es dann. Geh gerade hoch, mach etwas Druck, dreh den Pinsel dabei und zieh ihn wieder runter. Nochmal, gerade hoch, dreh den Pinsel etwas und zieh ihn wieder runter. Das schaut jetzt aus wie ein Herzle. So, und hier wieder hoch, drehen und runter. Etwas weiß brauche ich da. Pink geht auch schon flöten. Jetzt trocknen sie mir bald. Jetzt wird es Zeit für neue Farben hier. Ich habe den Verkehr drum aufgeladen. Also, ihr bringt mich ganz durcheinander hier. Ich bin schon ganz nervös mit euch, wenn ich hier so viel Lob bekomme. Jetzt aber nach oben, drehen und runter. Das ist, glaube ich, hier schon ein bisschen getrocknet. Jetzt kann ich da nochmal drüber gehen. Hoch, drehen und runter. Da mache ich noch so etwas Kleines hin. Jawohl. Einfach Mini-Blütchen machen. So. Na, das ist auch schon die Farbe getrocknet. Verdöne ich mir einfach nochmal. Streife ein bisschen ab. Oh, jetzt ist mein Trockner fertig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt. Aber das Gewimmel im Hintergrund ist mein Trockner. Der ruft mich. So. Genau. Also, Blümchen. Wie gesagt, schaut euch da das Live auch gerne von der Martina an. Da sind so diese verschiedenen Varianten auch erklärt. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal eine andere Variante. Für diejenigen, die jetzt vielleicht einen anderen Pinsel da haben. Oder einen spitzeren Pinsel. Da gibt es nämlich nochmal was. Ich habe hier einen... Moment. Wo ist er denn? So einen Katzenzungen-Pinsel. Also, der vorne eben etwas spitzer zusammen geht. Ich habe ihn mir doch bereit gelegt, habe ich gedacht. Hm. Hm. Dann nehme ich jetzt den hier. Den kann man schon vorne auch etwas zusammendrücken. Nicht traurig sein, wir gönnen dir den Urlaub. Danke, Andrea. Wer Seela schreibt, ich glaube, wir werden jeden Tag an dich denken. Oh. Dann kann jeder, wie er es verdient. Lob ist beisam für die Seele. Vielen Dank euch, Mädels. Wirklich. Das tut einem sehr, sehr gut. Aber richtig. So, ich schaue mal einmal meine Nähnlackinsel nochmal durch. Hab ich den? Nein. Ach, da ist er ja und sagt nichts. Also, ein Katzenzungen-Pinsel. Ja, habe ich hier. Jetzt tue ich das bloß auf die Seite. Ich gebe jetzt hier einfach meine Farbe drauf. Hier nehme ich mal die Schwitzschicht runter. Dann machen wir hier nämlich ein paar andere Blumen drauf. Da mache ich jetzt etwas Orange. Und was macht man noch? Was kennt ihr noch? Grün braucht man auf jeden Fall ein bisschen was. Und ja, machen wir gelb. So, drei Tüpfelchen mache ich mir da. Ihr kommt mit den Farben wirklich super gut weit. Ihr braucht gar nicht so viel rausdrücken, wie ich jetzt jedes Mal. Das geht auch mit etwas weniger. So, meine Gold-Silbernen tue ich mal etwas auf die Seite. Und ich gehe jetzt mit diesen Katzenzungen, ich habe hier schon überall Farbe. Mit dem Katzenzungen-Pinsel gehe ich jetzt einfach auf der einen Seite mit Gelb rein, auf der anderen Seite mit Orange, streife mir das ein bisschen ab und ich drücke einfach etwas an und ziehe runter. Ja, also wirklich, ihr braucht euch da gar nicht großartig konzentrieren oder sowas. Ich setze mir den einfach nur an und ziehe ihn etwas runter. Das lasse ich jetzt antrocknen, nehme mir da nochmal etwas Farbe auf, also ein bisschen Gelb, ein bisschen Orange, tupfe mir das auch wieder ab und mache hier unten noch eine Blüte. Ich tupfe das einfach so drüber, damit es da ein bisschen das Gelb untergegangen macht, aber nichts. Gehen wir einfach nochmal rein. Genau. Und das ist jetzt so, ich sage mal, die einfachste Variante, wenn man sich sonst nicht so ran traut, mit dem Mahlen. Ich mache mir da oben noch eine. Ihr könntet auch eine ganz andere Form von Pinsel nehmen, probiert euch da einfach etwas aus, vollkommen egal. Und dann nehme ich mir wieder meinen dünneren Pinsel. Wasche ich nochmal aus. Ich nehme mir da auch noch eine Zellette zum Abtupfen. Und da gehe ich jetzt auch nochmal in die Gelb zuerst, male mir da noch so ein paar Linien rein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Da mache ich auch noch hier so ein bisschen Orange nehme ich mir noch auf und setze mir da auch noch ein paar Highlights rein. Also da könnt ihr so wirklich wild zeichnen. Ich finde, dass es mit diesen Farben trotzdem richtig schön kräftig aussieht und richtig was hermacht. Das sind jetzt wirklich so Anfänger-Design. Da braucht ihr überhaupt nicht euch davor scheuen. Das geht wunderbar. Genau. Einmal so, einmal so. Das sind jetzt ganz, ganz einfache Blümchen. Ihr könnt euch da auch nochmal zwei, drei Schichten drüber setzen oder so. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und dann nehme ich mir jetzt aber noch eine Grün hier auf. Auf dem Pinsel streife ich etwas ab. Das ist wirklich ein schönes Grün, finde ich. Macht richtig was her. Und da setze ich mir einfach eher so eine Ranke hin. Nur so ein paar kleine Strichler, dass ihr das so verbindet. Gar nicht viel mehr braucht ihr da. So. Ich wasche dir nur noch etwas aus und gehe jetzt wieder etwas mit diesem Pinsel. Nehme ich mir nochmal ein bisschen Farbe auf und gehe hier noch einmal drüber. Das geht eigentlich so von der Farbe. Ich glaube, da setze ich nur ein paar Highlights und gut ist noch. Ich glaube, viel mehr braucht man da jetzt gar nicht. Aber ich gehe hier jetzt nochmal in mein Grün rein und mache hier noch ein bisschen was drüber. Da brauche ich auch am besten noch eine Schwarz. Dann kann ich da ein bisschen das Ganze etwas vertiefen. Ich gönne dir deinen Urlaub schon. Aber drei Wochen kein Live mit dir, schreibt die Uschi. Ah, da kann man bestimmt gut Früchte machen. Ja, auf jeden Fall. Also so eine kleine Erdbeere zeige ich euch noch, oder? Würde ich sagen. Ein Hauch Schwarz haue ich mir hier jetzt noch her und gehe hier in den, ins Grün und ins Schwarz, mische das etwas, dass ich da ein bisschen Akzente machen kann. War fast zu viel Schwarz, macht aber nichts. So. Genau, ihr könnt auch überhaupt die Farben allgemein mischen. Also wenn ihr da irgendeine andere Farbe noch haben wollt, oder gerade mit Weiß, könnt ihr das Ganze auch noch pastelliger machen. Also das ist überhaupt gar kein Problem, da alles zusammen zu mischen. Das macht halt einfach auch Spaß. So. Wenn ihr jetzt eure Motive habt, dann finde ich, schauen die noch gar nicht so besonders aus. Und sobald ihr das versiegelt, gibt es dann nochmal was her. Ich zeige es jetzt mal an dem hier noch. Das versiegele ich jetzt einmal in glänzend nochmal. Also die Farben kommen nochmal einen Ticken besser raus, wenn ihr da schön versiegelt, finde ich. Das ist dann nochmal etwas kräftiger und intensiver. Auch hier kann ich da schon drüber gehen, da kann ich schon drüber gehen. Oh, richtig satt versiegele ich mir den. Und dadurch schaut das aus wie so ein kleines Gemälde. Dann würde ich euch noch, weil ihr ja so Schmetterling-Fans seid, also das habe ich ja schon mitbekommen, dass ihr da wirklich alle eigentlich draufsteht. So gut wie alle. Dann würde ich euch auch noch zeigen, wie schön man da ein Schmetterling machen kann. Ich nehme jetzt da einfach mal ein, ach, wieder das Farbgel Classic Taupe. Und grundiere mir den dann einfach, dass er nicht langweilig weiß ist, aber auch nicht ganz so, ja wie soll ich sagen, so blass. Genial, Nini, schreibt die Conny. Das freut mich, wenn es euch gefällt. Also ihr könnt damit alles malen oder auch eben, ich finde ganz, ganz schwierig ist es, auf dem Nagel zu schreiben. Also egal, welche Schrift man wählt, ja und mit den One-Stroke-Farben könnt ihr da wirklich rangehen, also euch rantrauen. Gar kein Thema. Das geht wunderbar. So. Ihr könnt auch einen Regenbogen malen zum Beispiel. Also mit dieser ganzen Farbpalette, da kann man richtig, richtig toll hier und da die Farben mixen und ausprobieren. Also da bin ich echt gespannt, was ihr mir für tolle Bilder wieder schickt. Was ihr denn damit alles macht. Ich setze mir hier einfach so ein paar Farben drauf. Ich nehme jetzt nochmal Pink. Nachdem wir dann ein Früchtchen noch machen, eine Erdbeere würde ich sagen. Nehme ich jetzt wieder sowas, was Pink ist. Oder ich habe auch hier jetzt bei dem Nagel, also so schauen die Blumen aus, wenn ihr den Pinsel genau gerade halten könnt. Da habt ihr diesen Kontrast etwas besser. Ich versuche es mal näher zu zeigen hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das live erinnern könnt. Da habe ich mal dieses Cinderella Glimmer Aufbau-Gel gezeigt, dieses Make-up-Gel meine ich. Und da habe ich auch diesen Schmetterling mit Glitzersteinchen in die Mitte gesetzt. Und da habe ich mir gedacht, der braucht noch ein bisschen Farbe ringsherum. Genau. Also das ist so. Ja, ich habe da einfach so kleine Blütchen hingemacht. Und wenn ihr den Pinsel richtig gerade halten könnt, dann ist das auch relativ schnell gemacht. So, ich habe jetzt hier meinen Tipp mit dem Classic Taube Ton. Und den cleanere ich jetzt einmal ab und mache ihn mal nicht matt. Und fange mal an, hier etwas zu zeichnen. Ja, ich mache jetzt hier mir den Pinsel etwas feucht, nehme mir da etwas Farbe auf und setze zum Beispiel hier oben mal an und mache mir da so ein Flügelchen. Und das noch nach unten. So. Und dann mache ich hier ein paar Highlights. Das setze ich mir jetzt nur in die Ecke, nehme mir nur Wasser auf und verstreife das etwas hier nach unten. Dann nehme ich etwas Pink, setze es mir rein und verblende das. Oh, jetzt bin ich oben rausgekommen. Macht nichts. So, da mischen sich nämlich etwas die Farben, wenn ihr das direkt reinsetzt. Und ich finde, das ist auch etwas ganz Tolles, wenn das dann noch so einen Übergang hat. So, nochmal etwas Wasser. Na, komm hier. So, da mache ich mir jetzt einfach mal so ein Grundbild von einem Schmetterling. Das muss noch gar nicht genau sein oder so, sondern einfach nur ein bisschen ein Flügelchen, eine Grundierung mit ein bisschen Farbe. Ihr könnt nämlich da so viele Schichten machen, wie ihr wollt. Man kann das so richtig aufbauen und hier ein paar Highlights setzen, da ein paar Highlights. Also, das ist wunderbar. Oder Schattierungen. Ihr könntet das Ganze eben auch, wenn ihr alle Farben mit Weiß mischt, in pastelligen Tönen machen, wenn ihr jetzt keine kräftigen Farben möchtet. Also, da ist so viel Freifahrt für Kreativität, würde ich sagen. Bei diesen Farben ist es unglaublich. So, wie gesagt, das ist jetzt nur ein angedeuteter Schmetterling. Und ich versuche jetzt diese Flügelchen mehr in Form zu kriegen, also dass da eine Mitte entsteht. Dann mache ich mir meinen Pinsel noch sauber. Gehe noch etwas ins Blau. So, oh, ganz nass, ganz nass. Merkt man sofort, wenn man zu viel Wasser abbekommen hat. Aber ich finde trotzdem, dass die Farben richtig satt sind dafür, gell. Also selbst, die werden nicht wässrig oder so, eben nicht wie bei Wasserfarbe, sondern das wird dann schon, bleibt genauso intensiv. So, da oben möchte ich noch ein bisschen Pinky. Gehe ich noch mal ins Pinky rein. Ja, mal hier, mal da. Dann wird das auch noch etwas satter. Jetzt baue ich das Ganze noch mal auf. Hier möchte ich auch Pinky. Blau am Rand. Und Lila hier unten. So, jetzt gehe ich mir wieder nur ins Wasser rein. Mache mir hier meine Mitte fertig. So, den Pinsel mal etwas auswaschen. Ich glaube, die Blau gewinnt sonst. Ich will ja, dass die Pink auch noch eine Chance hat. So, jetzt ist es dann etwas verblendet, sage ich jetzt mal. Dann können wir jetzt in die Schwarz noch mal reingehen, wenn sie mir noch nicht festgetrocknet ist. Ich muss noch etwas Wasser nachladen und verdünnen, bis sie wieder mal fähig ist. Ich glaube, jetzt passt soweit. Ups. Gut, dann mache ich mir jetzt hier einen Schmetterlingskörper. Und hier oben, na, Farbe ist schon wieder trocken. Nehme ich mir noch mal Farbe auf. Und jetzt versuche ich hier, nur mit der Spitze einen ganz dünnen Fühler zu machen. So, an der anderen Seite, da verließ mich die Farbe. So, da darf man immer nicht zu viel Farbe drauf machen. Aber wenn man zu wenig hat, dann kommt man da auch nicht weit, gell? So, aber das reicht eigentlich so. Es soll ja wirklich nur so ein dünnes, dünnes Fühlerlein sein. Den Körper werde ich jetzt noch hinten auch etwas pink machen. Ich lasse jetzt das Schwarz praktisch auf meinem Pinsel und gehe mit diesem dunkleren, schwarz-pinken Ton etwas ran und vertiefe das. Dann wasche ich mir meine Nählartpinsel aus. Und gehe hier noch mal drüber. Jetzt schaue ich, ob sich die Farbe noch verblenden lässt. Aber die ist, glaube ich, schon gut angetrocknet. Dann nehme ich mir halt einfach etwas auf. Und fülle hier diesen Zwischenraum. Genau, also könnt ihr das gut erkennen, dass das einfach, ich sage mal, wie Wasserfarbenmalerei hier ist. Da ist überhaupt nichts Kompliziertes dran. Und so ein Schmetterling ist auch total einfach gezeichnet. Ihr könnt da natürlich auch viel feiner rangehen und viel mehr euch verkünsteln. Ich mache jetzt, wie gesagt, ja, nur so etwas Basic-Nail-Art, ja. Martina schreibt, sieht klasse aus. Andrea, achso, wo bleibt Bling-Bling? Ja, genau, du kannst da natürlich überall Steinchen hinmachen. Andrea, ich muss leider wieder los, liebe Nini. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erholsamen Urlaub. Dem Rest noch viel Spaß. Tschüss, Andrea. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß, einen schönen Abend. Und ich kann nur sagen, das Gewinnspiel geht nicht lange. Vielleicht kannst du morgen nochmal kurz reinschauen, dir den Rest angucken oder vorspulen bis zum Gewinnspiel. Dann kannst du auch mitmachen. Genau. Ich zeige jetzt mal hier der... Was schreibt der? Achso, tschüssi, Andrea. Genau. Ich mache jetzt mir noch hier etwas Silber ran. Und dann bekommt Vizela hier etwas Bling-Bling in Form von Silber. Das geht wunderbar. Ich gehe hier einfach mit dem Pinsel etwas rein. Und mache mir ein paar Silber-Bling in Form von Silber. Silber-Bling in Form von Silber. Auch wieder von hier unten ab. So. Auch hier wieder möchte ich etwas dicker und länger. Und da könnt ihr dann dadurch auch so ein bisschen Highlights reinsetzen. Also dieses Silber ist wirklich total schön. Also dieses macht richtig was Edles her, wenn das da so leicht funkelt. Das ist jetzt natürlich nicht so wie Strasssteinchen. Das ist etwas dezenter. Aber je nachdem, wie ihr den hält, den Schmetterling, macht das wirklich was her. So. Also ein ganz einfaches Design. Ich habe gerade gemerkt, die zweiten Flügel fehlen mir noch. Setzt euch einfach, wenn ihr so eine Seitenansicht habt, vom Schmetterling einfach so eine zweite Schicht dran. Dass ihr da so angedeutete zweite Flügelchen macht. Genau. Dann sieht das nicht so nackig aus. Also einfach nur so ein bisschen den zweiten Flügel andeuten. Reicht da vollkommen aus. Farblich etwas anpassen. Das war es eigentlich schon. Also wirklich simpler geht es nicht mehr. Jetzt nehme ich das. Ich lasse es etwas antrocknen und bereite mir nochmal einen Tipp vor für eine Erdbeere. Beate schreibt, wie niedlich. Conny, wo geht es hin in Urlaub? Es geht nach Kroatien dieses Jahr. Genau. Kroatien wird es sein. Ich war tatsächlich noch nie in Kroatien. Das ist das erste Mal für mich. Ich bin sonst immer in Italien gewesen oder ganz woanders. So, ich nehme mir jetzt auch nochmal den gleichen Ton. Und male mir hier auch nochmal einen Präsentationstipp. Full Cover mit diesem Top. Jo. Schwupp. Ich mache gleich noch einen. Dann müsst ihr da nicht so lange warten. Das ist ja immer furchtbar, wenn man so lange warten muss und nichts passiert. So, für wen geht es auch bald in Urlaub? Also bei uns, das sind ja dann Pfingstferien. Und am 3. meine ich, das ist der Freitag, fahre ich schon los. Genau. So. Oder fahrt ihr wann anders den Urlaub? Oder gar keinen Urlaub? Urlaub auf Balkonien? Oder wie sagt man so schön? Also wir waren jetzt auch 3 Jahre nicht. Und 2018 oder 2019? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal waren. Auf jeden Fall bin ich so urlaubsreif. Und da ist richtig schön, schreibt ihr alle. Na, das hoffe ich doch mal. Und Conny, erst im August, wo geht es da hin? Keins von den drei Versieler, wenn du, das sind Ortschaften, oder? Ich kenne mich halt da gar nicht aus, gell? Städte sind das dann. Ich wüsste jetzt gar nicht auf irgendeiner Insel. Ich weiß es echt nicht. So, ich bereite mal hier ein bisschen Rot vor. Oh, auf die Aida ins Mittelmeer. Ja, das klingt doch auch herrlich. Herrlich. So, ihr seht es hier ganz am Rand. Hier habe ich ein Pünktchen Rot gemacht. Das Grün reicht mir noch. Und ja, Schwarz, glaube ich, nehme ich auch noch ein bisschen. Aber jetzt machen wir mal ein kleines Erdbeerlein. So, ein Erdbeerchen. Erdbeerlein, habe ich gerade gesagt. Herrlich. Ich cleanere mir den nur schnell ab. Das ist halt schon wichtig. Cleanern müsst ihr. Cleanert eure Tipps. Jetzt mache ich mir auch noch meine Pinsel sauber. Sonst werden die hier alle zu trocken. Kling, kling, kling macht es hier. So, immer schön auswaschen. Sonst trocknen die relativ schnell durch. Der kleine ist bestimmt auch durchgetrocknet. Mir reicht ja lange. Oh, noch ein Moment. Gleich geht es weiter. So. Also. Erdbeere. Da braucht man mal Rot, würde ich sagen. Hier einmal, ja, mache ich doch mittig eine große Erdbeere. Ich hoffe, ich kriege das jetzt spontan ganz gut hin. Ja, so, so Haselnussförmig würde ich die jetzt malen. Relativ dick. Dass das ein schöner, satter Ton ist. Genau. Dann lasse ich das mal antrocknen. Das Pünktchen. Ich bin die ganze, vielleicht Insel Rab. Nee, Rab ist es nicht. Es ist irgendwie was anderes. Passmann? Kann das sein? Packmann? Passmann? Hauptsache, dass das Wetter passt. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Martina, wenn überhaupt, dann erst im Oktober und dann nach Andalusien nach Hause. Uh, das klingt ja toll. Und vielleicht Insel Rab. Ich habe die ganze Kroatienküste rauf und runter, schreibt Vesela. Ja, herrlich. Nee, da tatsächlich, ich werde euch berichten, wie es war. Ich hoffe, ich komme erholt, braungebrannt und mit weniger Augenringe wieder zurück. Das würde mich sehr freuen. Jetzt mal eine kurze Frage, wächst im Gewinnspiel. Habt ihr denn alle Instagram? Von ein paar weiß ich es. Aber nicht von allen. Schaut mal, die Farben werden dann nochmal etwas intensiver, wenn ihr das hier versiegelt. Ich schau mal, ob ich das euch etwas schärfer und näher zeigen kann. Also das ist ja wirklich an den Flügeln nur etwas rumgeschmiert, gar nicht so fein gearbeitet. Ich finde aber trotzdem, dass das richtig schön aussieht so. So, ab in die Lampe mit dem. Inzwischen ist, glaube ich, meine Erdbeere angetrocknet. Dann wasche ich mir meinen Pinsel aus, dass der nicht mehr rot ist. Jetzt würde ich ja einfach ins Grün etwas reingehen. Und, naja, ich mache, glaube ich, zuerst die Punkte. Grün und etwas Gelb würde ich jetzt mischen. Rein vom Gefühl her. Schauen wir mal. Weil diese Pünktchen, die sehen wir rein. Das sind doch eigentlich so hellgrüne, gelbe Pünktchen. Die setze ich mir jetzt hier an. Die sind ja überall. Genau. Jetzt lasse ich das mal antrocknen. Beate schreibt, wenn man sich mal vermalt hat, einfach mit Wasser wegwischen, auch wenn es bereits angetrocknet ist. Ja, genau. Also es ist auch, ich zeige dir das jetzt hier mal. Jetzt ist das ja hier angetrocknet, hier unten, das Blau. Ich kann das einfach mit meinem Fingernagel auch wegschieben. Das Gleiche könnt ihr auch, wenn ihr einen stumpfen Probhuscher habt, zum Beispiel zum Nagelhaut zurückschieben. Oder ihr habt ein Pferdefüßchen, das jetzt nicht scharfkantig ist. Dann könntet ihr das auch so wegrubbeln, bin ich mir ziemlich sicher. Oder jetzt diese Seite hier. So, ein bisschen fester, aber nicht scharfkantig, dass ihr euch natürlich die Grundierung unten nicht kaputt macht. Also wenn es so dickere Schichten ist, könnte man das damit ja so weghobeln. Oder wenn es dünnere Schichten ist und ja, die komplette Fläche ist, eine Zellette nass machen. Entweder ein bisschen einweichen lassen oder auch so kräftig rubbeln, dann ist das wieder weg. Alles wunderbar, kann man alles wieder rückgängig machen. Habt ihr überhaupt gar keinen Stress damit. So, jetzt gehe ich mir in das dunkle Grün wieder und mache mir hier ein paar kleine grüne Blätter. Gehe dann wieder in mein gelb-grün Gemisch und setze mir da auch nochmal welche an. Ja, ich würde sagen, man erkennt es als Erdbeer. So, ein kleines Bärchen. Herrlich. Herrlich, herrlich. Das lasse ich jetzt wieder etwas antrocknen. Hier habe ich jetzt nochmal den versiegelten Schmetterling. Ich bin hier voller Farbe. Herrlich. Hab wieder rumgesaut. Aber auch das geht weg. Also man schaut danach aus, als hätte man irgendwie so einen Malkurs gemacht. Zumindest passiert es mir öfters. Ach Gott, mein Pinsel auch noch. Mensch. Aber da sieht man jetzt, ich mache jetzt meine Zellette etwas feucht und gehe hier drüber und kann das abruppeln. Also keine Panik, ihr kriegt das wieder ab. Auch vom Nagel. Wunderbar. Das geht wirklich ganz einfach. Und wenn ihr eben nur eine kleine Stelle zum Wegnehmen habt, könnt ihr das auch eben etwas, ja, mit einem Rosenholzstäbchen oder so etwas so wegschieben. Das geht wunderbar hier. So etwas korrigieren. Ja, seht ihr das? Genau. Hab ich schon im Garten, wir sehen da lecker, hab ich schon im Garten die Konjunktur. Oh, schön. Heute draus Marmelade gekocht. Oh, Beate, ich liebe selbstgemachte Erdbeermarmelade. Und eigentlich mache ich das auch jedes Jahr. Aber ich weiß noch gar nicht, ob die Erdbeerfäder dieses Jahr hier gut sind. Ich kann es gar nicht sagen, ob die schon brauchbar sind. So, ich habe auch noch, falls ihr das sehen wollt, ich habe noch ein kleines Seepferdchen gemalt. Das ist jetzt auch ein einfaches Motiv. Mit ein bisschen Grün, Blau, Schwarz und etwas Silber. Also ihr könnt da wirklich alles, ob das Comicfiguren sind, also ob sich da irgendjemand eine Comicfigur wünscht oder sowas. Ihr könnt das ja mit dem Bleistift vormalen und dann könnt ihr das wunderbar ausmalen damit. Also traut euch daran, auch wenn ihr euch etwas Hilfestellung zwischendurch gebt. Genauso wollte ich euch noch zeigen, wenn ihr jetzt... Wo ist der breite Pinsel? Wo habe ich den hingetan? Achso, der ist beim Einweichen noch. So, muss ich bloß die Farbe noch etwas rauskriegen. Der ist mir nämlich angetrocknet. Den habe ich nicht gleich sauber gemacht. Jetzt habe ich den einfach ins Wasserband eingetunkt. Jetzt löst sich hier schon die Farbe von den Pinseln. Also auch das geht wunderbar. So, jetzt geht es dem auch wieder gut. So, jetzt geht es dem auch wieder gut.